Modifiziere ein Fahrzeug mit einem Kuhfänger oder einer Stachelstoßstange, also landet zum Beispiel hier bei dieser Tankstelle. Hier findet ihr die Kiste, die die Stachelstoßstange und den Kuhfänger enthält, also das sind immer diese hier. Schnappt euch dann ein Fahrzeug, fahrt jetzt mit dem Fahrzeug über die Kiste. Wie ihr seht, habt ihr jetzt das Fahrzeug modifiziert und den Kuhfänger angebracht. Wenn ihr jetzt kurz abwartet, seht ihr, dass die Kiste sich wieder herstellt. Da ihr gerade den Kuhfänger angebracht habt, spawnt jetzt an der Stelle die Stachelstoßstange, schnappt euch wieder das Fahrzeug, fahrt jetzt wieder auf die Kiste rauf. Wie ihr seht, habt ihr jetzt den Kuhfänger entfernt und habt dafür die Stachelstoßstange und die Aufgabe erledigt. Ich blende euch hier noch eine Karte ein mit den ganzen Kisten.